Ja, muss ich dazu sagen, es gibt, für die, die es nicht kennen, es gibt hier viele verschiedene Arten von Upgrades, die man sich für eine gewisse Anzahl an Punkten kaufen kann. Und damit wird man halt besser oder nicht schneller nach, oder weniger durch. Oh, 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 nee, 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 nee. Oh, 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 oh. Ja, und mit vielen steigenden Runden halten die Zombies halt auch immer mehr aus. Das wird dann irgendwann sehr ansprichert. Und vor allem auch sehr hochgelöst, weil wir da bestimmt noch sehen, die Prozessorleistung wird bestimmt voll ausgelöst. Ja, jetzt. Und noch mehr. Nein! Dann kommt er noch hoch. Ja, aber miet. Das habe ich wie einer meiner Mitschüler. Wie, Lukas? Nein. Das war einer seiner Mitschüler. Jetzt bin ich los. Es geht wieder los. Nur diese selben Waffe. Diese selben Waffe. Und die Waffenmusterkiste kannst du doch eigentlich nicht mehr kaufen, oder? Nein. Aber du hast genug Geld um die neue Waffe zu holen. Ja, ich habe ja gerade gesagt, du brauchst nicht mehr. Du musst jetzt gehst du mal den neuen Waffen. Mhhhhh. Es fängt so um sich, ne? Ja, ja. Du hast jetzt einen aufziehbaren Affen. Achtung, Monition! Sehr schön. Aufziehbaren Affen. Nein, nein, nein. Wenn du den ein tropfst, lockt dann die Zombies an. So wie ich jetzt gerade. Ja, da siehst du. Achtung! Und bumm! Nee. Nee. Kannst du nehmen, was dafür machen soll? Hm, hm, hm. Kann jemand drum kriegen? Dafür kann er mit seinem Becken in die Hände klatschen und macht dann Wunsch. Mach gut! Ja! Nee, ich bin nicht. Nee. Aber ich geb ihn nicht. Du musst nicht schwimmen, dein Arsch brennt nur und musst aufpassen. Ha, 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 ha! So ein Kotlin, ne? Dein Arsch ist heiß. Heißer Arsch, genau. Komm! Bomben! Nein, verdammt! Erwischt die Bomben nicht immer alle rum fest? Weil irgendwann trotzdem... Nicht immer. Nicht immer, aber immer. Oder manche überleben müssen. Der ganze Blitzel? Ich hol's! Blitzel, Blitzel! Wenn ich noch ankommen. Ja! 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 Wer hat wohl nicht immer? Es lief aber, es wollen doch irgendwie so müssen. Nein, es wollen nicht. Nee, es wollen nicht, aber wer hat wohl nicht immer. Kein! Nein! Kannst aber auch mal deine Waffen wechseln mit Dreieck. Achtung! Drunker! Ich denke mal, du warst immer noch die Person, ja. Er ist weitwachter. Ist doch egal. Ja? Nein, darf ich nicht. Den habe ich gleich zum Anfang der Wechsel. Ah, okay. Ich glaube, die denken nämlich nützt die. Auch nicht. Aber du nicht. Denkst du schon die ganze Zeit auf das Wechsel? Du hast den Fuß da rechts oben gewonnen. Du musst alle Bildschirmen! Ja, den Blick hast du jetzt krank. Na... Achtung Drunker! Wenn es nicht geht! Inster Kette! Schuss! Ja, ist aber so! Ist so, sagen wir mal, ist es nicht. Also, ist gut! Schreie noch! Schreie noch! Schreie noch! Ach, ey, die Bauke! Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh nein, nein, nein. Komm, du hinter. Hast du klar die Fähne? Ja, klar. Das ist wahrscheinlich so nah. Ja, ich hab Präparierung. Ich hab das ja, ne, jetzt. Hast du das Hände zu klar? Ja, von mir, ich hab oben nicht. Äh, Quatsch, hier oben. Komm, komm. Was ist los? Ja, ich schaff da alles. Oh, ich hab hier die Munition gebaut. Die andere Seite. Einmal rechts. Ich möcht so gern einen. Ja. Schon wieder. Keiner senkt bei mir. Ich will mir nur eine Waffe. Ja. Ja. Steve, das ist Information für dich, damit du unten nicht verrannt wirst und dann mir alles in die Schuhe schiebst. Ja. Was sind das? Schweigpistolen. So, nächste. Mach's jetzt auf Tomb Raider. Komm schon. Baby. Sehr gut. Was sind das? Scharfschütze? Nein. Nein. Nein? Was dann? Schieß doch einfach. Ah, hier die große. Yeah. Tschüss. Vor allem, wenn du eine Tierenpukul hast. Mach ich. So, was ist das jetzt? Nachladen. Oh, die Scheiße. Oh Mann! Ah, das ist das. Aber das wird Teil des Achsten. Ja. Mal weinen. Ja, ja, ja. Ich bin da, ja. Ich bin da, ja. Ja, ich bin da, ja. Finst doch noch. Finst doch noch. Kann ich mal hin? Ja, das läuft doch, das läuft doch. Weiche, weiche. Läuft wie ein schweizer Urgang. Verstehen wir das. Verstehen wir das. Verstehen wir das. Verstehen wir das. Und der ist ganz schlecht. Ich füge halt noch dazu, wir funktionieren ja ein funktionierendes Scheiße. Hä? Nein, nicht gut. Das ist was läuft, das so. Verstehen wir das. Krass. Ich hoffe, es wird schon 10. Nur in alle Firmen. Ich hoffe, es wird schon 10. Naja. Ja, sonst war ich jetzt unser Team oder du wirst ja jetzt. Kann ich auch mal hier, ne? Cool, neue Waffe. Wunder 11 läuft. Okay, Wunder läuft. Achso, stimmt, Wunder 11 Kilo. Das ist scharf. Das riecht ja nicht. Das riecht ja nicht. Das riecht ja nicht. Das riecht ja nicht. Ja, damit du die Küsse schon noch zugehst. Ach, du Scheiße. Weg. So. Ah, Tommy. Steve, wo bist du? Oh. Wie geht es? Nein, du siehst. Ja, das ist schon noch. Das ist schon noch. 이거. Steve, ist eigentlich ein Einmal hier. Das ist schon noch nicht. Noooooooooooo!!!! Annie Stoi! Sieht? Ja, warte. Help me. Please. Mein Stoi! Ja, das ist jetzt plötzlich etwas. Ja. Okay. Aber du, da bist du jetzt. Jawoll, der Kopf steht doch noch zu mir. Ja, komm, besser vor. Das ist der. 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 Ein wenig. Nein, das ist schwer. Ist doch, ist doch, ist doch, ist doch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist der. Sehr gut. Auf die nächste mehr. Oh, fuck, Alter. Auf hier, auf hier, auf hier. Auf hier, auf hier. Ach, ich hab's gerettet. Ach, ihr rettet den Tag. Oh, nein, mach's gut. Okay. Alles klar. Oh, von hinten, Steve. Was soll denn das? Nein, nein, nein. Ich bin tot. Wo bist du? Nein, jetzt kommen wir ja nicht. Eieiei. Nur ein. Mann. Kannst du froh sein, dass ich mir keine Tempokoder geleistet habe? Denn die wär weg. Denn die wär weg. Schön, dass sie mir alles anspricht. Schön. Dass ich mir alles... Na ja, okay. Ey. Na ja, perfekt. Markus. Nehmen Sie. So, wir sind zwei. Sehr schön. Film und zwei. Hallo, die. Die oben haben wir was weiß. In der nächsten. Also die andere Seite. Ja. 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 Man need money. Ja. Äääh. Ich bin nicht. Take it. Kick it money money. Slow ride. Take it. Check! Kannst du schon? So, du hast dich gar nicht tot, kannst du schon? Ach, komm, boah! Der macht alles, was mich mit den Nagel fesselt. Okay. Äh, eins, zwei. Ja, ja, schon klar. Nicht, dass du mir das unterstellst, ne? Ja, boah. Juhu! Das ist Zeit. Ja, boah, der steht drin, ne? Oh, oh. Nein! Oh mein Gott! Und Stopp! Die Aufnahme hat abgebrochen, das ist ja schlecht. Olli! Ja, das ist nicht schlimm. Doch, du machst das. Ja, ich mach das. Natürlich mach ich das. Game over. Verdammt. Nein, natürlich nicht. Ganze 27 Minuten. Nein, zwei, eins! Und weiter geht's. Weiter geht's. Oh! So, mir haben wir alle zu bezahlen. Ach, was war los? Nein! Es geht, es geht! Was machst du? Es geht! Natürlich geht's! Jaaaa! Wo ist mein Affe? Wo ist mein Affe? Echt? Ach nein, der steht neben mir. Lass die... Das ist jetzt nicht der drückende Geräusche. Ja, ne. Was ist mein Affe? Ja, der hat nur ins Leben gerettet, ne? Nein, das passt nicht auf deine Tür, ne? Du musst mir nicht helfen. Du musst mir nicht helfen. Ne. Du musst mir nicht helfen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist ein Problem. Ihr spooky. Oh!